Herzlich willkommen hier am Freitag zu einem neuen Bundesliga-Wochenende und das hat es wirklich in sich. Wir haben unglaublich viele Spielwünsche von euch erhalten und ihr seht es, die zweite Liga ist da auch wieder vertreten und das sogar am Freitag, Samstag und Sonntag, also heute am Freitag Dresden gegen Lautern. Meine Güte, das ist Stimmung pur, denke ich mal, hier in Liga 2. Nachher geht es auch noch ins Oberhaus, Augsburg empfängt dort Leipzig. Am Samstag 1860 München gegen St. Pauli Abstiegsduell, da sind wir auch für euch live dabei. Außerdem der BVB gegen Leverkusen im Oberhaus und dann haben wir noch Köln gegen Bayern. Weiter geht es mit Mainz gegen Wolfsburg und zum Abschluss des Samstagabends Gladbach gegen Schalke. Ja, dann sind wir schon am Sonntag und da das Derby zwischen Gräuter führt und Nürnberg, ja, da dürft ihr auch gespannt sein, wurde sich ebenfalls gewünscht von Henning und außerdem im Programm haben wir dann noch Frankfurt-Freiburg und der HSV, der auf Hertha trifft. Und, meine Güte, das ist richtig viel. Ja, ihr wolltet das so, ne, also lebt damit. Schaltet ein, verpasst das auf gar keinen Fall. Ja, denkt auch ans Tippspiel. Ihr habt jetzt natürlich an diesem Wochenende sehr viele Chancen, Punkte zu sammeln bei so vielen Partien. Ja, da muss man natürlich pfeifen. Mucke, wer ist überhaupt Schiedsrichter? Ansgar von Hauenstein, wir haben hier den Adel vertreten. Also den konnte ich nicht bestechen. Ach, scheiße, nicht mitgerechnet. Ich hab's versucht, aber der wollte 100.000 Euro aufwärts. Das konnte ich mir dann leider als Profifußballer dann auch nicht leisten. Oh, jetzt hier, gib mal ne Karte. Also denkt ans Tippspiel. Schreibt uns in den Kommentaren, wie geht dieses Match aus. Ein F davor für FIFA, ein Eher davor für die reale Begegnung. Alle, die eben mitmachen werden am nächsten Bundesligaspieltag erwähnt. Die Auswertung vom letzten Wochenende, die gibt es wie immer in Liga 1. Das heißt, heute Abend in Augsburg, die ja auf Leipzig treffen, da sagen wir, wer gewonnen hat. Es haben sehr viele mitgemacht und es war richtig spannend. Es war sehr, sehr spannend. Komm, Keeper, zurück. Oh, danke. Da bleibt einer liegen. Ich hab einen getötet. Nein, das hoffe ich mal nicht. Oh, was ist denn ihr heute los? Schon wieder so ein blöder Fehler von mir. So, jetzt ist hier Konzentration angesagt. Genau. Oh, scheiße. Krieg den Fuß nicht dazwischen. Es ist, es ist wieder wie verhext. Am Anfang. T, 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 T. Ah. Komm, komm, komm. Nein. Ja, ihr müsst das mal mitkriegen, während wir nicht aufnehmen. Ich schwöre dir, da ist hier Krieg ausgebrochen zwischen uns beiden mittlerweile. Ja, wir machen uns schön fertig immer, vor der Aufnahme. Oh ja. Also mittlerweile beleidigen wir uns auch, also... Ja. Pussy und so. Nix mehr mit Freundschaft. Alter, was machst du? Nein! Alter! Alter! Der FIFA-Fluch, ihr kennt es bei mir so ein bisschen, ne? Also... Oh, und wirklich ein Verletzter. Habe ich doch gesagt. Ja. Abseits, abseits... Och, schade. War aber schön gemacht. Ja. Tja, das, äh, weiß ich nicht, Abseits-Tor Nummer 50.000? Ja, du hast schon einige erzielt. Ja. Aber war schön rausgespielt. Ja. Das war jetzt kein Problem. Naja. Ja. Ja. Ach so, ein Scheiß. Jetzt ist ja natürlich hier hinten alles leer. Da laufen aber zu wenig. Ja, komm, ziel, 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 ziel. Oh. Stark durchgesetzt. Schöner Pass. Ah. Gorgi-Eingwurf. Erstmal retten hier. Macht dir die Räume zu. Dann wechseln wir mal die Seite. Selbst klar mache ich hier die Räume zu. Ah, das war eine scheiß Ballernahme. Sowas darf nicht sein. Oh, weiter. Gut. Alter, leg dich noch auf mich drauf. Was bist du denn für ein Arsch? Ja, hier. Ey, das gibt's ja gar nicht. Runtergezogen. Also, das muss ein Nachspiel haben. Der war durch eine rote Karte. Ach, dann... Da war kein Ball mehr. Macht doch der Ansgar nicht. Weiter geht's. Das war wieder knapp. Ich kriege immer fast den Fuß dazwischen. Okay, Torgelegenheiten gibt es hier nicht. Wirklich? Nein, das kommt... Zweite Liga, zweiter Durchgang. Ja, meistens. Jetzt mal eine schöne Möglichkeit für Dresden. Aber das war natürlich eine schlechte Flanke. Da kann ja nichts passieren. Weiter. Oh, was macht der da? Ist das ein Vollidiot. Gut. Jetzt mal die Chance. Aber das war natürlich schlecht. Das lag am Feldschlösschen auf dem Trikot. Zu viel Alkohol für den Zenker heute Abend. Da war kein Zielwasser drin. Nee, nee. Das ist auf jeden Fall nicht. Weiter, weiter, weiter. Okay, du solltest auf jeden Fall in der Statistik gleich in der Halbzeitpause definitiv mehr Ballbesitz haben. Ich habe ja krumm den Ball hier. Sehr schön. Gehst du mir um den Sack, Kaiserslautern? Oh, jetzt! Na, das war doch schon wieder hier grenzwertig. Aber hast du gesoffen? Ja, das Schlösschen. Ich werde dir immer gut bedient. Das glaube ich dir. Aufs Wort. All die Stimmung ist ja nicht schlecht. Das muss man ja festhalten. Obwohl es wirklich von den Torschancen sehr wenig zu sehen gibt. Ja, wir sind eigentlich so langweilig wie die Sportschau. Nein. Es freuen sich doch alle, dass wir nicht so langweilig sind. Ja, dann fang mal an Tore zu schießen. Das muss nicht immer nur ich machen hier. Ja, ja, ja. Oh, das war jetzt mal gut. Oh! Ja, meine Güte. So, eine dicke Chance auf beiden Seiten. Genau. Aber ich glaube, das war es dann eigentlich auch schon. Gab es noch mehr? Also bis jetzt nicht. Ah, das war jetzt schlecht. Das war jetzt schlecht. Dankeschön. 1 zu 0 für Lautan. Verdammter Mist. Da haben wir dann doch noch einen Fehler gemacht. Kurz vor Halbzeitpfiff. Du bist der Fehler. Ah ja. Ärgerlich. Ja, Freunde. So etwas hört ihr mittlerweile. Werdet ihr öfter hören müssen. Weil, ich glaube, mittlerweile machen wir es nicht nur bei WhatsApp. Sondern auch wirklich auf dem Platz. Ungefähr so. So, Karte. Ja. Och, guck mal, der Adelige. Guck mal hier. Der guckt dich noch nicht mal an. Du wirst noch nicht mal angeguckt. Das Spiel hat sich im Übrigen Lino gewünscht. An dich natürlich auch ein Gruß. Und der, deswegen komme ich gerade drauf. Der drückt natürlich Kaiserslaut in die Daumen. Und darfst du dich jetzt freuen. Die führen jetzt auf Pause mit 1 zu 0. Habe ich gerne gemacht. Schüsse 3 zu 2. Bei mir ist nichts aufs Tor gegangen. Schönen Sieg. Pass auf der Neuigkeit bin ich besser. Ballbesitz. Ja gut, das hatten wir erwartet. Denke ich ja auch vorne. Ja, das ist bitter. Schade, dass wir jetzt hier hinten liegen. Aber wir haben ja noch 45 Minuten Zeit, um das zu ändern. Ja, und ich habe noch 45 Minuten Zeit, dir zu zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Und das war mal ein Scheißstart. Ah, war gut. Oh, da will der pfeifen, aber ist der bekloppt. Oh, das war eine Scheißflanke. Gut, okay, weiter geht's. Kopf hoch. Nein, Kopf runter. Da bin ich da... Ach, kacke. Ach, gut, dann habe ich ein schnelles Auge. Hat er nicht mit gerechnet. Nee. Nee. Komm, komm. Zieh, 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 zieh. Also die Passquote gefällt mir heute noch nicht. Na, warst du da grenzwertig jetzt, Senker? Nee. Komm, Stiba, renn, 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 bis du stirbst. Ja, vorbei. Da hättest du ran müssen, der da links war, du. Mann, eine Pfeife. Ja, wer bist du? Osave. Genau, Osave. Oh, da musst du dich aber durchsetzen. Ah! Du, das war ich nicht, das war ich nicht. Alter, geht das hier schon wieder los? Ja, ich erwarte von den Dresdner Fans jetzt hier ein bisschen, äh, Stimmung. Nein. Die Mannschaft muss hier angefeuert werden. Nein. Doch. Wie kommst du darauf? Die Spieler sind ein bisschen verunsichert gerade. Ja, weil Kaiserslautern das Heft in die Hand nimmt. Ja, ein bisschen tatsächlich. Hey, nicht vorlegen. Ey, ey, was macht ihr da? Ey, Elfbeter hier. Das ist doch Käse. Das Mucke da schon wieder haben will. Ja gut, dann brauche ich halt ein Tor. Ach, leck mich doch. Also jetzt müssen wir wirklich aufpassen. Das geht so nicht mehr. Ja, jetzt übernehme ich wirklich das Heft. Ja, definitiv. Ich habe doch gesagt, ich zeige dir, wo der Frosch hielt. Uh, uh. Locket. Och. Weiter. Ah, schlechter Pass. Schön. Gut. Ja. Ah, ja, gut. Das war doch kein Schuss, Herr Zenker. Das war Streicheln des Balles. Oh, was war das denn? Ja, keine Ahnung. Du machst es nicht besser. Nein. Oh, ist nicht dein Ernst. Klasse. Das war gut. Das gibt sogar ich zu. Ja, das war auch zu schwach. Aber immerhin... Dresden hat sich von dem Powerplay erholt, das Kaiserslautern gemacht. Meine Fresse. Ja, Dresden wird jetzt ein bisschen besser. Aber dann muss dann hier auch noch der Pass erfolgen. Aber der ist ja auch so schnell. Da war Schwäbe noch dran. Meine Güte. Weg damit. Oh. Ja. Abstoß. Das war aber schlecht. Also laut haben das zu... Also das war wirklich schlecht. Jetzt komm, komm, komm. Fuck, fuck, fuck. Komm mal mit Tempo. Scheiße. Nee, steh auf. Jetzt nicht, äh... Einen auf Verletzten machen, bitte. Gut gemacht. Oh. Oh. Der bleibt echt mal liegen. Alter, hält der absichtlich an? Scheiße. Ah, stark vor Mucke hier. Oh, der ist verletzt. Das darf nicht wahr sein. Oh, klasse. Das ist ein Einsatz vom Verletzten. Da wirft er sein Bein nach vorne. Auch wenn es abfällt. Ist ihm egal. Ja, wohin? Auch wenn er nie, auch wenn er nie, auch wenn er nie wieder spielen wird. Oh, nein, aber es gibt die Ecke. Was? Keine Ecke. Und Toten. Und noch einen Toten. Also er hat sich auf jeden Fall festgehalten. Ja. Aber das war für mich Ecke. Das war für mich definitiv Ecke. Ecke. Klasse. Weiter, weiter. Helfen, helfen. Genau. Ey, super weggenommen. Schön. Jetzt Linie. Jetzt haben wir Platz. Ja. Komm. Ja. Ausgleich. Eins zu eins. 78. Minute. Perfekt ausgekontert. Kann ich nicht anders sagen. Ja, das haben wir gut gemacht, ja. Aber ich will eigentlich von der Stimmung, die jubeln da, aber das ist mir von der Lautstärke noch ein bisschen wenig. Also das, da kennen wir schon andere Sachen. Komm, Dresden ist dafür auch bekannt. Joach, also gib Gas hier. Wir brauchen hier noch mehr. Oh, da war die Möglichkeit. noch einen oben raufzupacken. Jetzt müssen wir hinten wieder stehen. Okay, komm. Ich hab nichts gemacht. Weiter, weiter. Schade. Hätte mehr rauskommen müssen. Boah, der Pass war klasse. Aber nicht. Ah, komm. Ah, Mist. Das Elden dich mir erwischt. Schade. Das ist ärgerlich. Abfang, abfang. Spannendes Spiel hier. Ja. Wie endet jetzt die Schlussphase? Ah, da solltest du den Fuß davor kriegen. Genau. Rauf, rauf, rauf. Rauf, rauf, rauf. Lasst ihn nicht zum Schluss kommen. So will ich das sehen. So will ich das sehen. Und jetzt. Nein, das war zu weit. Oh, Gott sei Dank. Ich werde nochmal kurz wechseln. Ich auch. Wenn ich schonmal dabei bin. Oh, die sind alle tot. Die. Osave geht. So, du wirst ausgewechselt. Ich brauche die frische Mitte. Ach, komm. Dann machen wir... Machen wir so. Schlussminuten. Wie viel gibt es oben da rauf? Das ist jetzt eigentlich die Frage. Ich tippe mal drei. Ja, drei Minuten. Ah, ich bin so gut. Ach, du Mist. Das war kein Abseits, glaube ich. In der Mitte aufpassen, bitte. Genau. Ja. Weg, 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 weg. Oh, schöner Trick hier von Mucke. Rauf. Sehr gut. Sehr gut. 1-1. Schade. Du hast gut verteidigt. Meine Güte. Das ging ja hier los. Es waren nicht so viele Torszenen, aber spannend. Es tut mir leid. Ich habe das Ding nicht nach Hause gefahren. Aber immerhin hast du auch eine Statistik nicht aufgeholt. Nee, das stimmt. Schüsse. Mucke hatte mehr Möglichkeiten. Aufs Tor waren wir gleich. Nicht Ballbesitz. Ja, im zweiten Durchgang hast du deutlich aufgeholt. Fühlst jetzt hier sogar. Schussgenauigkeit bin ich besser. Passgenauigkeit. Du ganz knapp. Also, das war ja jetzt hier ein interessantes Match. Ich hoffe, die Tore kommen dann den anderen Partien. Heute Abend sehen wir uns ja Augsburg gegen Leipzig. Erste Liga steht dann an. Wir freuen uns auf euch. Bis später. Tschüss. Tschüss. Tschüss.